Also wenn Sie mir jetzt ein geregeltes Einkommen nachweisen könnten, dann seht die Sache schon ganz bloß. Wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme, dann fange ich direkt an zu arbeiten, bei einem Kumpel von mir. Ah, okay. Als was denn? Kann man sagen, ist so All-Round-Management. Around-Management? All-Round-Management. Was haben Sie denn bislang so gemacht, wenn ich fragen darf? Bau. Bau. Bau ist gut. Bau hat goldenen Boden, nicht wahr? Und als Maurer oder? Bau. Drei Jahre.